Musik 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 Dieser schöne grüne Wald, davon brauch ich ein Bild. Maler, mach jetzt mal, mich hier, wie ihr befiebt. Hier geht der Baum, der Wasserfall, das muss alles draus. Maler, mich so, dass ich gefallen, mach er und pack er an, frisch aus. Wie geht der Baum, meine Waffen, der Staunen, wenn das Gemälde sie seh'n? Bald schon ergeht an dem Hof ein Raum, wie ist Diana doch schön. Macht gleich Kopien davon, schickt sie an alle. Das wird die Attraktion, alle sollen seh'n. Sputet euch mit Dingen, ja, Gemahne, es soll der Welt nicht entgehen. Scheiß! Scheiß! Ihr seid überfallen! Ihr seid überfallen! Was besser ist, dass ihr noch nicht eingefallen? Wege, la, gala! Oh, Reddy! Was ist das? Was wollen die? Keine Sorge, meine Liebe! Sir Bartheser, frage es ihn nach ihrem Begehr. Mein Herr, Sir Redd, neigt seine Majestät, King Elliot, seines Zeitgetuchel nach Hofe des Königs, möchte gerne wissen? So, so, schreckt er gerne wissen, was? So, so, schreckt er gerne wissen, was? Das ist doch, schluss mit den Höflichkeiten, ich bin Sir Reggie, Tuchhändler und Königlicher Ritter, Seine Majestät, den König, King Elliot, ich werde den König von dieser Ungeheuerlichkeit berichten. Ach so, dann sollten wir ja wieder gehen und euch in Ruhe lassen. Was? Von wegen, jetzt ist Zeitag. Jetzt ist Zeitag, dass sie ja wieder ganz tief in die Kiste sind, eine ganz besondere Wörterin, die Kiste sind. Die Aufregung, ein Überfall, verwacht zu sein, und male er nicht, äh, 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 so, grob. Sieh mal, wunderschöne Stoffe. Ja, unser Roller hat man begeistert sein. Klar, dann kann er sich auch ein Nachthemd aus Seiden machen lassen, oder besser doch ein Stolz tun. Aber sowas kann doch ein Räuber im Wald überhaupt nicht gebrauchen. Man könnte höchstens Zahnseide draus machen. Du sicher, Großvater. Kommt, wir packen zusammen. Oh, Reggie. Ja. Wir gehen mal alles mit. Wie schockierend. Bei uns ist das Lach. Kommt, wir schlägt. Jetzt muss ich mal meine Freundin schicken. Mach mal sofort, Kapitzen. Und schicke sie an alle. So gehabt euch wohl. Ihr wurdet so eben überfallen von den Gehäubern des größten Räuberhauptmanns Kennen. Ha, ha, ha. Bobby. Bobby. Das ist unerhört. Damit kommt ihr nicht vor. Scherfwein, mein Herz nicht. Bis auf die Haut ausgeraubt. Ausrufezeichen. Grästlicher Wald. Ausrufezeichen. Schockierend. Ausrufezeichen. Schockierend. Ich schicke erst an alle meine Freunde. Mach schon, Mutter. Ich hoffe, es wird auch noch was schreiben. Bitte sehr, bitte gleich, wie ihr befiehlt. Ja. Mehr states. Möe, leu, leuu, 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 leuu. Stephen Rosenberg-Plotonsp�� Dieser schöne sendet Wald, davon glaub ich ein Bild. Mein pueden ver! Ich nie, nie. Wie dieser Baum, der was im Fall, das ist alles, das war nicht so, dass ich gefallen. Mach er zu und fang er an, ich auch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was wollen die? Keine Sorge, meine Liebe, Sir Bartheser, frage er sie nach ihrem Begehr. Mein Herr, Sir Red, leigt seiner Majestät King Edward, seines Zeitpunkt Tufel, hoch für das König, sie möchte gerne wissen. So, so, möchte er das, was? Nun, ich spare aber deine Fuste. Du kannst lieber mal den Stock ausspucken, den du verschluckt hast. Unerhört, das ist ein Skandal. Und da, Sir Red, diese Herren und Damen, so viel Zeit muss sein. Ich muss doch mit jetzt. Ich will doch mal in Teilung. Also, das ist doch Schluss mit dem Höflichkeiten. Ich bin Sir Red, hier und muss auf das Äußerste protestieren. Ich bin Königlicher Ritter und Tuchhändler seiner Majestät King Edward und werde diese Ungeheuerlichkeit nicht hinnehmen. Ach so, na dann sollten wir vielleicht schnell wieder gehen und euch in Ruhe lassen. Was? Von wegen. Jetzt ist Zahltag. Jetzt ist Zahltag. Da hast du aber mal wieder ganz tief in die Kiste mit allen ganz gesollteren Wörtern gegriffen, glaube ich. Oh, ein Überfall. Ein Aufregender. So, wunderschöne Stoffe. Ja, der Räuber muss entgeistert sein. Klar, dann kann er sich doch ein Nachthemd draußen Seide machen lassen. Oder besser noch ein Schnäuzer. Ja, aber das kann doch ein Räuber im Ball überhaupt nicht gebrauchen. Wir könnten höchstens Zahnseide draußen machen. Tu's sicher, Großvater. Kommt, wir packen zusammen. Oh, meine Kiech, sie nehmen alles mit. Oh, das ist schockierend. Seid bald, dass er kommt, wenn sie schnell die Koste an meine Freundinnen schicken. Machst du froh, Herr Kiech, und schick uns jetzt alle. So, ihr habt euch wohl. Ihr wurdet so ebender Fallen von den Räubern des großen Räuberhoffmanns Kellen. Oh, Bobby. Bobby. Also, das ist doch damit kommt ihr nicht nur. So, ihr seid bald, wer war. Schreit der Kling. Kräftig, er war ich ausrufezeichen. Bist auf die Haune ausgeraubt ausrufezeichen. Schockierend ausrufezeichen. Schicke her, schnell, meine Freunde. Prost. Macho-Mutter, brauche wir also auch noch. Schließlich will ich auch noch etwas schreiben. Bitte sehr, bitte gleich, wie ihr befiehlt.